Guten Abend, mein Name ist Lukas, wir haben den Dominik an der Gitarre und Nikolas an Schlagzeug. Wir sind Snelldienst. Und wir spielen jetzt, ich glaube auf Deutsch heißt der Titel, wir klopfen ans Himmelstor, ganz poetisch. Nockel und Hermesdor, für die Tänzer in G-Dur. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Musik Können wir eigentlich auch singen? Danke schön! Danke! Ruhige, Ruhige, Ruhige!